Hallo und willkommen zu diesem kurzen Video zum Elektro-Wüvern-Tiergefährten hier auf giltnews.de. Mit dem zweiten Quartalspatch 2016 wurde die Position des Tiergefährten im Widerstand des Drachen verändert und das war für uns ein kleiner Anlass, unser Guide zu überarbeiten und ein Video dazu zu erstellen. Ihr startet an der Wegmarke Zentrales vorgeschobenes Lager und benötigt zum Erhalt Leyliniengleiten. Das ist der klassische Weg und den zeigen wir euch jetzt auch. In Zeiten des Quartalspatches haben die meisten wahrscheinlich jetzt auch schon Leyliniengleiten erreicht. Es gibt den einen oder anderen, der das vielleicht noch nicht hat. Da gibt es zwei Alternativen. Angeblich kann man, das soll aber gar nicht so einfach sein, mit Springen und dem Experimentellen Teleportationsgewehr den Berg hier erklimmen können. Alternativ, und das ist für gewöhnlich die beste Methode, lässt man sich nach und nach von einem Mesmer porten. Das, was ihr jetzt hier seht, ist der Weg, wie man ihn eigentlich gehen sollte, wie er auch nicht groß dramatisch ist. Und hier oben seht ihr auch schon den Tiergefährten, den ihr mitnehmen könnt. Hier müsst ihr sowieso hin für einen Point of Interest. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, denken wir jetzt liken, denken wir jetzt abonnieren, besucht gatenews.de und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.